Die Löcher in den bayerischen Straßen sind tief, die Löcher in den Kassen der Kommunen sind es auch. Und genau das ist schon das Hauptproblem. Bei einer sogenannten Baurunde in Irsee warnt die Branche, es gebe große Sanierungsstaus. Die Kommunen schreiben immer weniger aus, die Bauunternehmer in Bayern könnten nicht mehr planen. Wir befürchten, dass künftig wichtige Bauinvestitionen im Bereich der kommunalen Infrastruktur ausbleiben. Dass der Konsum wieder Priorität hat und eigentlich das, wofür die Kommunen da sind, die Daseinsvorsorge wieder zu kurz kommt. Probleme sieht die Branche in Zukunft beim Straßenbau, beim Leitungsbau oder auch beim Hochwasserschutz. Und sie kritisiert, die Bundesregierung spare an der falschen Stelle. Nämlich bei den Bauunternehmen, die, wenn sich nichts ändert, tausende Mitarbeiter entlassen müssten. Es ist eine einfache Rechnung, wenn die Nachfrage um 25 Prozent zurückgeht, wird man ungefähr so viel Personal abbauen müssen. Und das wollen wir alle nicht. Was alle wollen, ist mehr Geld. 40 Millionen Euro könnte er sofort in den Straßenbau investieren, ohne eine Dummheit zu machen, sagte OB Stefan Bosse bei der Bauhunde. Wir erleben seit Jahren, dass die Kommunen strukturell unterfinanziert sind. Wir haben steigende Ausgaben im sozialen Bereich. Unsere Einnahmen sind schwankend. Wir hatten gute Jahre jetzt vor der Finanzkrise. Wir hatten schwierige Jahre jetzt direkt zurückliegend. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. Das heißt, man muss immer gucken, was ist machbar, was ist verantwortbar. Man kann nicht problemlos in eine Verschuldung reinsteigen. Und vor dem Hintergrund sind auch unsere Investitionsentscheidungen zu sehen. Das heißt, man kann der Bauindustrie momentan wenig Hoffnung machen. Die entscheidende Stellschraube wäre dann logischerweise wieder die Staatsregierung oder auch der Bund. Wir müssen um Unterstützung auf den übergeordneten Ebenen werben. Zum Beispiel um eine Entlastung der Kommunen, zum Beispiel durch ein Bundesleistungsgesetz, dass diese Kosten mal anders abgefangen werden und nicht nur den Kommunen übergestülpt werden. Was für uns ganz entscheidend ist, ist, dass die Städtebauförderung erhalten bleibt. Das ist für viele die einzige Möglichkeit, Dinge noch auf den Weg zu bringen, wenn der Staat sich eben in der Kofinanzierung beteiligt. Und die steht momentan leider zur Disposition. Das ist für uns alle ein großes Problem. Als Bezirksvorsitzender des Bayerischen Städtetags beschrieb Bosse neben den finanziellen Schwierigkeiten aber auch noch ein anderes Problem, nämlich den wachsenden Widerstand in der Bevölkerung, und zwar gegen alles. Wenn er als OB zum Beispiel Tiefbaumaßnahmen machen lässt, bekommt er Prügel, sagte Bosse und warb gestern in Irsee für eine neue Kultur des Schaffens.